Waffe-Hatel-Wild-13 Was machen die denn hier? Ich wollte euch nicht stürmen Doch, wollte ich Töte den markierten Feind zuerst Den da Ein Wurruss für deine wehwerten Zungenwurzel Was ist das denn? Ach, auch Eisenerz, aber merkwürdig aus. Das ist das, die Mirna erzählt uns. Und das? Woah! Yeah, you fit the description Alpharius gave me. Pictured you a bit more fearsome, though. Fearsome? That is what Alpharius told you? A...talking flower. Yeah, now get over it, friend. Did Alpharius leave a message for me? Yes, it's, uh, directions. Go across the bridge, past old Hyrelsa. Find the pass of Alphara and go through it. You will meet another of my scions along the way. Understood. I'm not finished. There is a nekaru farm near old Hyrelsa. I would advise you to take one with you. There is still a long road ahead of you. Nekarus. Filthy creatures. I think they're quite cute. You have disgusting tastes. Give me a bee any day over those mangy felines. Well, to each their own. Yeah, well, we're done. Thank you very much. I'll go back to sleep now. Hey, one last thing. Tell the guard I saw everything and that he's a disgrace. Oh, I knew she kept something hidden from us. Knew it. Never trust anyone, Gavin. Everyone's a liar and a traitor. You included, Derek? Oh, especially me, Gavin. I'm especially looking forward to the moment I betray you. And throw your lifeless corpse into a ditch. And, uh, when will that happen? When I'm fed up with your stupid questions. Yeah, makes sense. Did, uh, they just talk to a flower? It doesn't matter what they're doing. Every step they take gets us closer to Altharius. And bring them closer to their graves. Yeah, or? Sprechende Blumen. Jetzt kann das Spiel schon gar nicht mehr scheiße werden. Und ich krieg endlich meine Reittiere. Moment mal, hat da gerade die Blume gesprochen? Was zum Teufel geht hier vor? Wir würden gerne die Brücke überqueren. Hier ist das Siegel des Sanctoriums. Ja, ja, was ihr auch wünscht. Ich glaube, ich werde mich einem anderen Aufgabengebiet zuweisen lassen. Ich fange ja schon an, Dinge zu sehen. Ich habe immer noch 0 von 100 Kristallen? Also, am Ende haben wir eine Lied auf deiner Maester. Unsere Reise hat gerade begonnen. Keine Zeit, zu verlieren. Los geht's. Ich krieg endlich auch meine Reittiere. Ach, das wird schön. Küste. Wenn ich jetzt noch einen Händler finde, der einen richtig coolen Stab hat für Sie. Aber du musst etwas verstehen. Für die Gäste zu helfen, musst du erst einmal helfen dir selbst. Wir können mit monstern, schützen die Archeliten. Aber dein eigener Gewalt ist, naja, dein eigenes Problem. Geh zu dieser Mäne. Kriegst die monstern auf deinem eigenen. Du bist stärker dafür. Was wir gemacht haben? Du kennst, wie viele von uns in den da sind? Du hast überhaupt keine Idee, wie sie... Oh, nicht so vieles Wacken. Es war nur ein Freundlich. Wenn du deine Menschen schmutzst, dann bist du Gott. So be es. Es ist dein Geist, nicht meine. Aber wir... Was der Priory fund diese kleine Extravagance, Frau Selene? Oder Sie payt ihr das aus eigenem eigenen Geld? Das ist riech für jemanden, der nicht ohne Entourage geht, Bruder Vaughn. Du meinst diese Ruff-Locken-Fellows. Die Archpriestry eigentlich expecten Results von meiner Enterprise, mind you. Und, well, nicht so viel von yours. Except catching the Corrosion, perhaps. Was das supposed to mean? You're not allowed to speak, Merc. Oh, haven't you guessed? The Archpriests were just itching to get you out of the way. Your plea to preserve the Crystals left a better taste in their mouths. But that was to be expected from you, the ward of the heathen Alpharius. Hey, just listen to this, Xerof. Sister Selenea thinks it's heresy to cut and extract Crystals. We're only supposed to pick the ones that fall naturally on the ground. Just like fruit. Crystals are home to the gods, and as such, they are sacred. And there she goes again, with her delirious superstitions. Well, you can't expect anything from a farmer's girl who spent too much time in her orchards, right? Just- Ha 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 ha! Hmm. How long has it been? It must be eight or nine years. One should think you would have gotten over it by now. Right, Vaughn? Seven years! It has been seven years! You dirty little- How dare you! I'm going to destroy you! Ich werde das Schmuck-Expression aus deinem Gesicht, jetzt! Boss, nicht jetzt. Ich werde dich töten. Ich werde dich schütteln, wie ein... Boss, wir sind in der Mitte der Jag-Hole. Ja, ja, du bist. Ich bin über das. Obviamente, sie ist doomed zu verlieren, irgendwie. Komm mit mir, Cohort. Wir haben ein Welt zu retten. Ich sehe nicht den Emblem von deinem Unternehmen, Merck. Wie alt bist du? Alt genug für deine Mutter. Du... Zeroth! Du schmuck, ich liebe dich. Keine Angst, wir treffen uns wieder. Sie hat das auch gesagt. Selene, wer war dieser Pompass-Buffin? Das Spiel wird immer besser. Von. Von, a fellow agent sent by the Sanctorium to find a cure for the Corrosion. He has garnered the favor of many ancients, but he never got over the fact that of the two of us, I was the more skilled. He attempted to humiliate me in what he thought was a contest of magic. He was defeated by a farmer's daughter and could never live it down. Well, next time our paths cross, I hope you won't mind being beaten up by a farmer's son. I appreciate that you remained calm, Darian. Hey, it's your affair. I respect that. Hey, it's your affair. I respect that. Good. Hey, it's your affair. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020